Wenn wir so wie im letzten Clip also nach Verbverwendung von Rounds suchen, finden wir 14 Treffer. Aber das sind natürlich alles Treffer in der unflektierten Form. Wir haben also nicht alle Formen des Verb-Lämmers gefunden. Also könnten wir jetzt die Anfrage natürlich so modifizieren und an der Stelle, an der CQP auf die Word-Spalte zugreift, die gleiche Strategie anwenden, wie wir es in Folge 4 gemacht haben. Das könnte dann also so aussehen. Klammer auf, Word ist gleich Round, gefolgt vom optionalen S, gefolgt von einer optionalen Kette ED, gefolgt von einer optionalen Kette ING und Class ist gleich Verb. Dafür finden wir jetzt 53 Treffer. Zu dieser Abfragevariante gibt es eine Alternative, denn es gibt im Annotationsschema des BNC noch die Information zum Lämmer eines Tokens. Diese Information kommt von einem sogenannten Lämmer-Tisierer, also einem Computerprogramm, das allen Flexionsformen die Grundform zuordnet. Mit den Worten des CQP-Datenmodells, es gibt eine Spalte mit der Grundform des Tokens, die hier sinnigerweise Lämmer heißt. Also könnte man in der Klammernotation statt in der Spalte Word in der Spalte Lämmer nach Round suchen. Also ändern wir unsere Abfrage an der Stelle auf Lämmer und den Ausdruck zwischen den Anführungszeichen wieder auf Round, also hier ohne die regulären Ausdrücke, weil wir ja die Grundform suchen. Den %C-Operator brauchen wir hier in der Regel nicht, weil die Lämmer-Annotation meistens immer in Kleinbuchstaben steht, außer vielleicht bei Eigennamen. Es schadet aber auch nicht, ihn zu setzen. Starten wir die Abfrage. Und seltsamerweise bekommen wir keine Ergebnisse. Das liegt daran, dass im BNC im Gegensatz zu allen anderen Corpora die Spalte mit der Grundform eines Worts nicht Lämmer heißt, sondern HW. Das steht für Headword und warum das so ist, hat technische Gründe, keine linguistischen. Die technischen Gründe sind für uns nur soweit relevant, wie wir wissen müssen, bei der Arbeit mit dem BNC oder BNC Baby HW statt Lämmer zu verwenden. Wenn ich also statt Lämmer hier die Abfrage auf HW ändere, dann bekomme ich die gleichen 53 Ergebnisse wie in der Suche zuvor nach dem String in der Wörtspalte mit den regulären Ausdrücken. Diese beiden Abfragen sind also in diesem Fall identisch, zumindest führen sie zum gleichen Ergebnis. Das muss aber nicht immer so sein, denn Lämmer-Tisierer können sich beim Erkennen von Lämmer-S auch irren. Das heißt, wenn sie unterschiedliche Ergebnisse erhalten, kann eine fehlerhafte Lämmer-Tisierung immer ein Grund sein, weshalb sich Ergebnisse unterscheiden. Die Lämmer-Suche wirkt jetzt ein bisschen weniger aufwendig, weil sie kürzer ist natürlich. Und trotzdem ein bisschen mehr Arbeit an Tipparbeit präferiere ich persönlich, auf jeden Fall die String-Variante, also auf die Wörtspalte zuzugreifen und mit regulären Ausdrücken zu arbeiten, weil diese Strategie flexibler ist. Aber wir haben es ja auch mehrfach angesprochen, es gehört zur guten korpuslinguistischen Praxis, dass sie Suchabfragen kritisch betrachten und dann auch Alternativen formulieren und ein bisschen rumprobieren. Das ist nicht nur eine gute technische Übung, sondern hilft ihnen auch, ihr Auge für sprachliche Strukturen zu schulen. Das ist nicht nur eine gute technische Übung.